Sie bringen Ihren Tempo-Dribbler eine durchaus sinnvolle Zusatzoption in Einfachsverkehrs. Was für ein Weltklasse-Treffer! Fantastisch! Sie liegen mit drei Treffern vor und das ist es doch wohl schon gewesen oder etwa nicht. Dieser Treffer zeigt ganz eindeutig, was das für ein überragender Fußballer ist. Also das habe ich selten gesehen. Das muss man sich mal anschauen. Das ist ja keine Flugur.